Bisschen Scheiß-Position gerade hier. Aha. Komm raus da, du Arsch. Einfach ein bisschen vorwärts hier. Spür. Ah, das Wasser ist doch schön hier. Wo ist der Rest meiner Truppe denn? Du da oben, halt auf Mauerländen, so. Wir sind gerade im Wasser, wir sind aufpassen. Und tschüss. Ja, ja, wir sind bei allen ist gut. Wir sterben fast hier. Da frisst eine Granate, Jungs. Können wir weitergehen, oder was? Ich gehe einfach, wenn ihr nicht gehen wollt, ich gehe. Ja, kommt. Komm, ich komme, ich bin schon vorne. Ihr braucht hinter mir. Was hinter mir? Tür auf, hier einfach, los. Und jetzt reinspringen. Oh, 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 oh. Ah, und die Nasen blutig. Äh, linke Maustaste. Haar, also, das ist zum Beispiel nicht umsetzen. Ich habe das auch. Ich kann es nicht erwischen. Ja, den konnte ich ja nicht erwischen. F drücken. Ja, nehm doch endlich die Waffe. Hu. ich hab noch f gedrückt, so schnell es ging. Mein Verbündeter ist jetzt tot. Also nochmal das ganze. Und rennen 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 und springen Na, den hauen wir auf die Fresse. Dann schießen den. F drücken F drücken F drücken F drücken F, drücken F drücken F, zurück F, Drücken F, noch nicht. jetzt f und nimm ihn und kopf 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 ja ein mann wo ein magro oh ja ja halten wir uns mal fest aber meine verbindeten lebanen noch alles ist gut ja ist alles okay tee und linke aus was tee und linke aus das ist ja klar jetzt hänge ich hier ja darf irgendwas loslassen oder gedrückt halten äpfel greifen f f mehrfach ok wir kommen ja ja da kann ich nicht durchziehen ich muss nicht loslassen zu bereisen das tut mir leid ich traf die schwerste entscheidung meines lebens ich ließ ihn los und rettete die anderen wir haben seine leiche wochenlang gesucht dann wurden wir abgezogen und er als vermisst gemeldet aber wieso jagt der ghost die federation hat ihn gefunden und wenn sie ihn umdrehen konnten dann schaffen sie das mit jedem und ein ghost hört erst auf wenn seine mission beendet ist findet ihn bevor er uns findet genau in caracas ist ein mann der weiß wo er schläft victor ramus er leitet die forschung für die federation nur wenige männer sind rocks freunde ramus ist einer von ihnen müssen wir zurück nach caracas wo alles begann ok ein ghost hört erst auf wenn seine mission beendet ist müssen wir bescheid jetzt ne tag der federation 15 juli 0 41 karakas hauptstadt der federation log walker ich drücke mal ein wieder in die um eine ausgestaltung sind ok was soll ich mir jetzt angucken unser ziel ist auf dem dach vor uns identifizieren auf dem dach vor uns das ist das dach vor uns heli da oben oder was ich sehe keinen wenn ich das sehen würde dann da du bist in der heli die verarschen wo denn zieht da steht dran da sehe ich nichts der schluss der schluss der links vorher ging so ich wollte sie wollen wir kommen dreh dich um sie hat in dem haus mit bewegen hier da bin ich in die indivisiert ja ich gucke das würde wahrscheinlich nicht sein muss einer von denen sein die jetzt aussteigen also entweder man jetzt treibt sich nicht mehr von vorn und was mit dem da ich hab dich noch ja dann schießen wir den doch einfach gut wir haben ihn was soll ich mit den dinger machen einklinken irgendwie was muss ich drücken um mich eigentlich zu klinken da f nicht e f du hamster so wo das ist tief und bam genau jetzt nach unten und wie drücken sie bewegungstasten zum abseilen okay Jetzt über dem Tisch, ausscheiden. Gut, bei euch. Erledigen wir die anderen Leiden. Auf deinem Zeichen. Mhm. Wie ist das, was ich mit der Bühne? Wir sind sicher. Weiter zur nächsten Etage. Mehr Feinde unter uns. Nicht Chaser. Drei Abruhbe Tische drüben. Linker Seite einer in der Küche einer läuft. Nach links. Zuerst in die Küche. Warte bis in der Küche ist dann leider ausschalten. Auf dein Zeichen. Okay, ich nehme den nächsten und du nimmst den an. Aktivität in der Mitte. Okay. Okay. Ausschalten oder was? Oder einfach nur warten. Okay, ausweichen. Was denn jetzt? Sie ausschalten oder was? Mach ich einfach mal. Zielen. Feuer. Perfekt. Weiter runter. Der Vertreuerraum ist auf dieser Etage. Schau mal noch da rein. Natürlich ist das einfach der Eingang von den anderen Benutzern. Nee, ich mache mal einen eigenen Eingang. Ist klar. Aber das hat was man hier alles machen muss. Und jetzt? Macht das automatisch. Sehr gut. Die Stromversammlung ist ganz hinten los. Jo, ich bin hinter dir. Geh mal schön voran. Ist das noch Server hier oder was? Was ist das hier? Ich hänge mich ein. Mit dem Taschenrechner. Okay, dann mal hoch alles. La 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 la. Die Ziele nähern sich schneller. Schneller geht's nicht. 70. 80. 90. Ganz easy. Die Ziele näher werden. Die Ziele näher werden. Vamonos. Epa. Deberiemos preguntarle a Eduardo, sie va venir. Estas loco? Está de patrulla, ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Du, amigo. Du, du bist ein. 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 Hallo, etwas drücken. Ich habe mich hier weit über dem Boden. Boden Sollen wir hinten oder von hier aus ausschalten? Von hier aus, okay. Fall ja auch nicht tief in die Tiefe, ne? Machen wir das leise? Ich mache es leise. Tja, habe ich auf dem Standort noch nicht so, aber habe ich mal gedrückt. Hat gepasst. Okay, machen wir das. Festflügel. Wir treffen uns um die anderen aufzuhören auszuschalten. Wir nacht. Also muss ich hier hinterher, okay. Sieht alles ruhig aus. Ah, da sind zwei. Ich ziehe nur den einen, dann haut der andere ab. Jetzt. Puh, gut. Das gab's. Jetzt haben wir hier so viel rumschleichen müssen. Und jetzt? Sollen wir hier mal einen Code eingeben oder so? Ah, du machst das schon. Ich zähle fünf Ziele vor uns. Ich sehe nur zwei, aber gut. Oh, dann noch ein paar. Erledigen? Erledigen, ja. Wen denn zuerst? Ja. Das Training hat sich voll gewornt. Ja. Das Training hat sich voll gewornt. Ja. Ja. Rechts sicher. Rechts ist sicher, ja. Ja, gibt's direkt. Aufzüge sind offline. Sekundäraufzüge noch aktiv. Verstanden. Bis gleich.